Musik Hallo Deutschland! Wir haben eine schlimme Befürchtung. Wenn die Wirtschaft weiter zusammenbricht und schließlich die Wirtschaft am Boden liegt und die Regierung nichts mehr tun kann, befürchten wir, dass sich die Nazis zusammentun werden und versuchen, Deutschland mit eigenen Händen zu regieren, was schließlich zu einem Bürgerkrieg kommen würde, in dem die Ausländer gegen die Deutschen kämpfen würden. Insoweit darf es nicht kommen. Wir als Anonymous sagen euch, haltet euch an die vorgegebenen Vorschriften für die Bekämpfung des Coronavirus und verhindert sie mit einem Bürgerkrieg und bleibt gesund. Und